Und wenn ich groß bin, nicht, da baue ich mir einen neuen Spielplatz, nicht, der viel größer wird und schöner und eine Weltkugel dazu, die so groß ist wie die echte Welt, nicht, also eine zweite Welt. Du darfst mich nicht immer unterbrechen, nicht, meine Freunde unterbrechen mich nicht und du wirst doch meine Freundin sein, nicht. Naja, nicht, weil meine Freunde kriegen alle von mir fünf Österreich Euro und dafür sind sie dann meine Freunde und meine Freunde sind schön still und hören zu, wenn der Frankie spricht, weil wer die Österreich Euro hat, der hat die Worte und aus. Kleiner Frankie, du musst den anderen schon einmal zuhören, weil die sagen auch ab und zu was Gescheites und wenn du sie nicht reden lässt, dann lernst du nichts dazu. Ach so, na gut, dann hört der kleine Frankie jetzt zu, nicht? Wenn das im echten Leben nur auch so einfach wäre. Aber meine zweite Weltkugel, die baue ich mir trotzdem, nicht? Ja. Ja, ne? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank.